hat ein neues Video hochgeladen, wie Sarah Wagenknecht jetzt die CDU erpresst. Naja, ich nehme mal an, es wird um die Koalitionsverhandlungen in Sachsen und Thüringen gehen, wurde das BSW mit der CDU verhandelt und die CDU sich aktuell weigert, eine Friedenskrambe in diese Koalitionsverträge aufzunehmen und sich die CDU sehr kompromissunwillig zeigt. Also wie er jetzt auf diese Klickweitüberschrift kommt, das wird er uns in diesem Video bestimmt selbst erklären. Da möchte ich jetzt gar nicht viel spekulieren. Die neue Sarah Wagenknecht-Partei und die CDU werden mit großer Wahrscheinlichkeit eine neue gemeinsame Regierung stellen und vielleicht nicht nur eine, sondern gleich zwei. Und wenn man sich mal historisch anschaut, was da gerade passiert, dann ist das schon außergewöhnlich, ungewöhnlich und total verrückt eigentlich. Und wäre es Anfang 2024, wäre das noch nicht mehr denkbar gewesen. Die Partei BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit eben Teil von zwei, wenn nicht sogar von drei Landesregierungen in Deutschland. Also in sehr wahrscheinlich drei Bundesländern sitzt BSW an der Macht bald und wird Dinge leiten und wird auch eine Rolle im Bundesrat spielen. Ein undenkbares Szenario eigentlich für die CDU bis vor einiger Zeit, vor allem eine Zusammenarbeit. Aber nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gab es fast keine Optionen mehr, die BSW auszuschließen, die Partei von Sarah Wagenknecht. Und jetzt mehrere Wochen, Monate nach den Wahlen, nach den Landtagswahlen sitzen die Christdemokraten und BSW an einem Tisch und verhandeln über Koalitionspläne und Regierungspläne. Und obwohl es ja Landesverbände sind, schaltet sich jetzt auch Sarah Wagenknecht ein und ja, man könnte fast sagen, erpresst die CDU oder setzt der CDU mindestens mal das Messer auf die Brust. Aber wie genau soll eine Zusammenarbeit der CDU und BSW aussehen? Was würde das bedeuten und wie erpresst Sarah Wagenknecht nun die Union oder die CDU? Darum geht es jetzt. Und damit willkommen zurück und abonniert gerne für mehr Videos rund um deutsche Politik, den Bundestag und das Ganze respektvoll und sachlich aufgearbeitet. Also, ich hole euch mal von vorne ab. Was ist seit den Landtagswahlen eigentlich passiert in den Bundesländern? Also, nicht nur gab es nach den Landtagswahlen im Thüringer Landtag Aufruhr und einen großen Aufschrei, als der neu gewählte Landtag zusammenkam und sich konstituierte hier. Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche, Sie haben diesen jetzt abzustimmen. Ich habe Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Ich widerspreche Sie meine Rede nicht. Wer es nicht mitbekommen hat, es ist Tradition, dass immer die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt. Und die CDU, die hat jetzt durch einen Verfahrenstrick versucht, ja, die hat jetzt versucht, dieses Verfahren, bevor der Landtag konstituiert ist, zu ändern. Die AfD hat versucht, das zu verhindern. Und letztlich hat dann der Verfassungsgerichtshof entschieden, die CDU, die darf das. Also, es handelt sich hier um diese typische Ausbegrenzungspolitik der AfD, die das BSW ja eigentlich zu beenden versprochen hatte, die wir in Thüringen da gesehen haben. Denn eigentlich ist die AfD ja deutlich stärkste Fraktion geworden und damit hätte sie auch das Recht gehabt, den Landtagspräsidenten zu stellen. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Nee, nicht nur das. Die ganzen Parteien in den drei Bundesländern mussten sich jetzt wirklich und ernsthaft mit dem Wahlergebnis auseinandersetzen und gegen die AfD eine Landesregierung schmieden. Oder besser gesagt, sie sind gerade immer noch dabei. Übrigens, nur damit ihr mich hier nicht falsch versteht, gegen die AfD eine Regierung schmieden, sage ich nur, weil keine der Parteien mit der AfD zusammenarbeiten, möchte. Und Spoiler, noch gibt es in keinem, keinen der drei Bundesländern eine neue Landesregierung. Das dauert alles ziemlich lang und es könnte auch noch zu Neuwahlen kommen. Wie absurd, wie komisch und wie verrückt findet ihr die eigentlich, dass es sehr wahrscheinlich eine Regierung geben wird aus CDU und BSW und das gleich in zwei Bundesländern? Ab damit mal mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Wie sieht es in den einzelnen Bundesländern aus und womit kommt Sarah Wagenknecht nun eigentlich um die Ecke? Sachsen. Nochmal zur Erinnerung. So sieht das Wahlergebnis in Sachsen aus. Mehrere Wochen nach der Wahl gibt es dort allerdings noch keine neue Regierung und auch keine Koalitionsverhandlungen über einen Koalitions- oder Regierungsvertrag. Nee. Was es jetzt aber in Sachsen gibt, das sind Sondierungsgespräche. Das haben wir schon mal 2021 gesehen zum Beispiel, als FDP und Grüne sowohl mit CDU, CSU und mit der SPD Sondierungsgespräche geführt haben, um herauszufinden, mit wem man jetzt so richtig, echt innerhalb im Koalitionsvertrag, mit wem man das verhandeln möchte und mit wem man eigentlich regieren will. Jedenfalls, Ende Oktober 2024 steht fest, CDU, SPD und BSW beginnen jetzt Sondierungsgespräche in Sachsen und der bisherige Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, sagt auch, dass es noch nicht sicher ist, ob das Ganze auch am Ende eine Regierung wird. In Brandenburg sah das Wahlergebnis so aus. Deshalb wollen gerade SPD und BSW eine gemeinsame Regierung aufstellen. Ich meine, es gibt auch wirklich keine andere Option, wenn man nicht mit der AfD zusammenarbeiten möchte. Ja, doch. Also natürlich, ja okay, in Brandenburg gibt es tatsächlich keine andere Option. Das stimmt. Außer eine Minderheitsregierung. Also eine andere Option, die keine Mehrheit hat, die gibt es nicht. Aber eine Minderheitsregierung, die gäbe es immer noch. Also ich habe gerade semantisch überlegt, was Sinn ergibt, aber so gesehen gibt es schon eine andere Option, nämlich eine Minderheitsregierung. Also die SPD, die könnte auch ohne Koalitionspartner regieren. Außer, by the way, wenn in Brandenburg zum Beispiel ein BSW-Abgeordneter zur SPD wechseln würde, dann hätte SPD und CDU auf einmal eine Mehrheit. Aber das kann man, wären wir mal außer an der Stelle. Jedenfalls in Brandenburg gab es bereits drei Sondierungstreffen, aber noch kein echtes Zeichen dafür, dass die irgendwann mal fertig sind und das mal beenden. Es läuft noch weiter. Das Einzige, was man weiß, ist, dass die Gespräche laufen und sie manchmal schwierig zu sein scheinen. Aber bis in den Januar hinein muss es eine neue Landesregierung geben, sonst gibt es Neuwahlen. Thüringen. Da, wo die AfD deutlich die Landtagswahl als stärkste Partei gewonnen hat, da möchten CDU, BSW und SPD eine gemeinsame Landesregierung schmieden. Die Linke ist außen vor, obwohl sie mit Bodo Ramelow jahrelang den durchaus beliebten Ministerpräsidenten stellten. Jedenfalls die drei Parteien sind auch schon in Sondierungsgesprächen und wollen weitermachen und streben Koalitionsgespräche an. Ob das aber wirklich passiert, ist immer noch offen. Obwohl die drei Parteien ein 24-Seiten-Langes-Ergebnispapier der Sondierungsgespräche vorgestellt haben. In keinem der drei Bundesländer steht überhaupt fest, dass es in Koalitionsverhandlungen, ob die überhaupt stattfinden werden. Und auch solche Verhandlungen sind ja auch keine sicher dafür, dass es wirklich zu einer Regierung kommt. Gerade wenn jetzt Wagenknecht dazwischen funkt und sich aus Berlin aus, von der Bundes-BSW aus, einschaltet in die Angelegenheiten der Landesverbände des BSW in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Denn es gibt ein Problem. Nach knapp einem Jahr BSW kann man eine Sache ganz gut beobachten. Die Namensgeberin der Partei, Sarah Wagenknecht, hält die Zügel fest in der Hand und möchte auch auf Landesebene mitbestimmen. Auch bei den Sondierungsgesprächen. Nein, sie möchte einfach nur, dass das Programm durchgesetzt wird. Also sie möchte, dass das, was vor der Wahl versprochen wurde, nach der Wahl auch umgesetzt wird. Und sie stellt es jetzt öffentlich so dar, als ob die Landesführungen das genauso sehen würden. Also, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Einblick in die interne Kommunikation des BSWs. Aber wenn das stimmen sollte, dann gäbe es ja diesbezüglich keinen Dissens, sondern das wäre das sowieso die Position im BSW. Aber da wird jetzt in den Medien über so einen Dissens berichtet. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was da intern der Fall ist. Darüber hinaus, denn die Bundesvorsitzende des BSW, Sarah Wagenknecht, fordert vom möglichen Koalitionspartner CDU in Thüringen, sich vom eigenen Bundesvorsitzenden zu distanzieren. Das sei Bedingung für eine Zusammenarbeit. Sie reagierte auf eine Bundestagsrede von Unionschef Friedrich Merz zum Krieg in der Ukraine. Merz hatte gesagt, dass Deutschland auch Taurus Marschflugkörper liefern müsse, wenn Russlands Präsident Putin nicht aufhöre, die Zivilbevölkerung zu bombardieren. Für Wagenknecht, die auf Verhandlungen und ein schnelles Ende des Konflikts in der Ukraine setzt, ein absolutes No-Go. Sie findet, dass sich die Landesregierungen von Merz und so einem Kurs, wie gesagt, abgrenzen müssten. Bleib gesehen. Ja, absolut richtig. Absolute Selbstverständlichkeit. Also Merz hat das gesagt, nachdem schon ein Sondierungspapier in Thüringen und ein Vorpapier für Sondierungen in Sachsen verabschiedet waren. Da hat Merz gesagt, ja, stellen wir Putin ein Ultimatum und liefern dann der Ukraine Taurus. Und das würde de facto ein Kriegseintritt Deutschlands gegen Russland bedeuten und es wäre brandgefährlich. Also dann würde Russland schauen, wie es dann reagiert. Und das könnte bis hin zum Atomkrieg gehen. Also das ist eine vollkommen wahnsinnige Eskalation, die Merz hier betreibt. Und da muss sich die CDU natürlich von distanzieren. Also der Atomkrieg ist nichts, was für das BSW irgendwie verhandelbar wäre. Das ist eine vollkommen wahnsinnige Position und eine Partei, die ihren Vorsitzender so eine Position hat, die sollte froh sein, dass das BSW mit ihr überhaupt eine Koalitionsverhandlung macht. Also eigentlich wäre es noch konsequenter gewesen, die Koalitionsverhandlung gleich abzubrechen nach diesen vollkommenen Ausfällen. Davon fordert Wagenknecht auch übrigens ein Friedensvorwort für den Koalitionsvertrag in Thüringen, wenn es denn soweit kommen sollte zum Koalitionsvertrag. Und darüber hinaus soll es auch Knatsch innerhalb des BSW geben, zwischen den Landesverbanden und BSW Berlin. Wagenknecht vor allem zugegeben. Wie es innerhalb der Partei aussieht, kann niemand so... Also, ja, Marvin Neumann sagt es gerade, wie es innerhalb der Partei aussieht, kann niemand nachvollziehen. Hört mir genauso. Rolo schreibt gerade, ein Atomkrieg ist nicht verhandelbar. Ja, das Zitat klingt ein bisschen lustig, aber es ist ja so. Also, was würde dann passieren, wenn die NATO und Russland direkt den Gegner nachführen würden? Also jetzt kein Stellvertreterkrieg in der Ukraine, sondern einen direkten Konflikt. Das wäre ein Atomkrieg. Also, das... Ja. Das ist nichts, was man als Politiker sichtlich herbeiführen sollte. Wirklich einschätzen? Klar ist aber, die Landesverbände des BSW müssen sich theoretisch nicht an Wagenknechts Forderungen halten. Sie entscheiden selbst und eigenständig, ob sie denn mit der CDU und SPD eine Koalition eingehen wollen würden. Aber, wenn man Wagenknecht ignorieren würde, und das BSW in Thüringen zum Beispiel komplett sein eigenes Ding machen würde, dann wäre das natürlich ein Affront und Zitat eine erste innerparteiliche Zerreißprobe, weil man von Wagenknecht ein Stück abgerückt wäre. Aber klar, BSWs Kernthema... Ja, das wäre... Will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich glaube, dass... Ich glaube nicht, dass... Das... ...war im Wahlkampf Frieden und Diplomatie und die Annäherung an Russland. Das war und ist das Thema, mit welchem man das BSW in Verbindung bringt. Und das wollen die BSW-Politiker in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auch im Koalitionsvertrag stehen sehen. Ich hatte da gerade wer abgelenkt. Also... Also... Natürlich sollte ein Landesverband nicht entgegennehmen, will der Vorsitzenden handeln. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Landesverband so wahnsinnig wäre, genau das zu machen. Also... Jeder Landesvorsitzende, die sowas machen würde, das wäre... Ja, das wäre politischer Selbstwort. Die würde morgen früh abgesägt werden. Ich glaube, das sollte auch jedem klar sein. Am 21. Oktober beim Webinar dabei zu sein. Ich werde Ihnen ein... Also dieser... Friede, diese Verhandlungen, diese Diplomatie, die BSW, ja, immer wieder möchte, der muss in den Koalitionsvertrag. Es scheint in allen Sündungsgesprächen allerdings so, dass man dieses Thema Ukraine, Russland und Frieden etwas vor sich her schiebt und es gar nicht erst bespricht, bis man es muss. In Thüringen hat man es bisher einfach nicht wirklich besprochen. Zitat. Auch BSW-Vertreter Tido Kummer sprach von einem fairen Umgang miteinander. Ein wichtiger Streitpunkt wurde bislang in das ausgeklammert, die Forderung Wagenknechts zu Waffenlieferungen und Stationierungen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, dem Thema Frieden in Europa werden wir in den kommenden Verhandlungen Raum verschaffen und mit einer Standortbestimmung im Rahmen einer möglichen Präambel gemeinsam begegnen. Wow! Wow! ist das Politiker-Sprech. Gemeinsam in einer möglichen Präambel gemeinsam begegnen. Naja, ganz konkret geht es jedenfalls dem BSW zum Beispiel in Thüringen darum, dass man in der Präambel eines möglichen Koalitionsvertrages reinschreibt, dass es erstens mehr Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Krieges geben soll und zweitens es ein Nein geben muss zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Das BSW Moment mal, mehr Diplomatie, keine Waffenlieferung, das war, wenn ich mich recht entzünde, die Forderung. Also mehr Diplomatie ist natürlich eine Folge davon, dass keine Waffen mehr geliefert werden, dann hat die Ukraine mehr Druck endlich zu verhandeln beziehungsweise die USA haben mehr Druck zu verhandeln, wenn wir Europäer verbündet nicht weiterliefern, aber die Bedingung, die hieß, keine Waffenlieferung, nicht mehr Diplomatie. Und Sarah war natürlich deutlich Achso, und danke an Seppi TV für das Abonnement. ...freundlicher sind, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung und dass sie vor allem auch sehr kritisch den USA gegenüberstehen, das wissen wir auch. Es stellt allerdings diese neuen Bündnisse aus CDU und BSW und eben auch SPD vor besondere Herausforderungen. Auch eben, weil CDU, CSU und SPD schon immer stark mit den USA zusammengearbeitet haben und davon würden die Parteien auch nicht weg wollen. Auch nicht auf Bundeslandsebene. Hier. Ja, dann gibt es keine Koalition. Die Spitzen von CDU und SPD im Bund geben ihren Landesverbänden zwar freie Hand bei der Regierungsbildung, haben aber betont, dass der Westkurs Deutschlands die NATO-Mitgliedschaft und die Ukraine-Hilfe nicht in den Ländern entschieden und in Frage gestellt werden könnten. Also eigentlich Ja, das ist ein Problem. Dann gibt es keine Koalition. Die Westbindung muss weg. Und die Landesregierung unter BSW-Führung, die müssen natürlich auch die Westbindung in Frage stellen. Also alles andere wäre ja ein krasses Einknicken des BSWs. Das sollte das BSW lieber nicht machen. Also wenn, dann sollte das, also auf Landesebene, da hat man sowieso nur sehr wenig Möglichkeiten auf die Außenpolitik Einfluss zu nehmen. Die Außenpolitik auf Landesebene, die sollte vom BSW gemacht werden. Das heißt, so eine Landesregierung, die sollte natürlich auch die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands ablehnen. Also die soll, also diese US-Saketen, die stationiert werden sollen, die sind ja eine Folge der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands. Also diese ganze Kriegspolitik, der Wirtschaftskrieg gegen Russland, das ist doch alles eine Folge dessen, dass Deutschland Mitglied in der NATO ist. Die NATO ist dafür gegründet worden, um die Russen draußen zu verhalten, die Amerikaner drinnen zu halten und die Deutschen unten zu halten, um es mal in den Worten Ismael Hastings zu sagen. Also das, das ist wirklich seitdem die NATO gegründet wurde, ihr Ziel und ein Bündnis, das deutschen Interessen fundamental zuwiderläuft, das die Gefahr eines Atomkrieges andauernd erhöht und das ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine unterfüttert, das darf vom BSW auf keinen Fall irgendwie unterstützt werden, auch nicht in der Landesregierung. Also eine Landesregierung, die muss dann natürlich auch eine klare Opposition gegen die Westbindung sein. Danke an Rolf Dieter für das Crime-Abonnement. Dass man an den Grundpfeilern derer Parteien auf Landesebene im Bundesland irgendwas rütteln könnte. Darum dreht sich eben der Streit und darum dreht sich dann am Ende des Tages auch die Glaubwürdigkeit, das Wahlversprechen von BSW. Übrigens, ein wichtiges Datei, habe ich an der Stelle noch ausgeklammert, wenn die CDU, das BSW und SPD in Thüringen eine Landesregierung stellen, dann haben sie tatsächlich übrigens keine Mehrheit im dortigen Parlament. Die drei Parteien kommen auf 44 von 88 Stimmen und es fehlt genau in einer Stimme und die CDU hat einen Parteibeschluss, der besagt, dass man nicht mit AfD und Linken zusammenarbeiten darf. Wie will man dann aber überhaupt mehrheitlich irgendwas beschließen mit so einer Regierung? Um das aufzulösen, wollen die drei Parteien, Achtung, ein Konsulationsverfahren. Klingt ziemlich kryptisch und auch das, was man darüber weiß, klingt meiner Meinung nach noch ziemlich kryptisch. Zitat, Bei dem geplanten Konsultationsverfahren sollen dort Bühl alle Landtagsfraktionen zu Eckpunkten geplanter Gesetze oder Anträge der möglichen Dreier-Koalition innerhalb einer Frist ihre Meinung sagen können, also Linke und AfD. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, entscheidet die Regierung, ob sie ihr Vorhaben im Landtag weiterverfolgt oder sie beendigt. Mit diesem Verfahren werde auch der Wählerwille respektiert, der für schwierige Mehrheitsverhältnisse gesorgt habe, sagt Bühl. Ja, am Ende des Tages braucht man aber eben doch dann Stimmen der Linken und der AfD, um irgendwas hervorragend beschließen zu können, egal ob sie davor ihre Meinung lose dazu sagen konnten oder eben nicht. Soweit aber die aktuelle Situation. Und übrigens, hier geht es noch weiter mit einem anderen Video von mir, was mir sehr am Herzen ist. Ja, diese fehlende Mehrheit und das sehr, sehr schlechte Verhandlungsergebnis in Thüringen, was man da erstmal in den Sondierungsverhandlungen rausgeholt hat. Also das Sondierungspapier, das ist auch, abgesehen davon, dass die Friedensbremse da nicht drin stand, wirklich furchtbar. Also dieses gesamte Sondierungspapier, da hat das BSW keine großartigen substanziellen Zugeständnisse bekommen, aber im Gegenteil steht die Schuldenbremse drin. Das heißt, in diesem Punkt hat sich die, in diesem Punkt hat sich die CDU schon vollkommen durchgesetzt, in diesem sehr, sehr wichtigen Punkt. Und das bedeutet, man wird nicht genug Lehrer einstellen können, man wird nicht genug Polizisten einstellen können, man wird den öffentlichen Nahverkehr nicht ausbauen können, man wird nicht genug Investitionen tätigen können. Das ist eine logische Folge dessen, dass man sich dann die Schuldenbremse halten will. Also das, in Thüringen, da sollte das BSW sowieso diese Verhandlungen platzen lassen und in Sachsen wahrscheinlich auch. Also in Sachsen hat die CDU ja auch schon immer wieder deutlich gemacht, dass sie zu keinen substanziellen Kompromissen bereit ist und in Thüringen, da haben wir es jetzt schwarz auf weiß. Also da wissen wir es jetzt. So, ich würde dann tatsächlich sagen, schließen wir dieses Video. War eine interessante Reaktion auf Marvin Neumann. Ja, hat jetzt halt erzählt, was passiert ist. Dieses Erpressen der Clickbait-Titel. Ja, man hat auch schreiben können, wie Wagenknecht mit der CDU verhandelt. Dann würden sich das Video weniger Leute anklicken. Wir kennen das Ganze. Wir kennen alle dieses Spiel. Ich dachte jetzt, kommt hier so ein Video gegen Wagenknecht, wo er erklärt, warum Wagenknecht so ganz anders verhandelt als andere Politiker. Aber letztlich hat er einfach nur beschrieben, dass Wagenknecht das Gleiche macht, was ja, alle anderen Politiker machen, die auch in Verhandlungen teilnehmen. die auch in Verhandlungen und die auch in Verhandlungen Vielen Dank.